Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Wir gehen in die nächste Höhle. Warum wird hier mehr Eis empfohlen? Ich hole aber nicht 10 Eis-Pikmin mit. Doch, ich hole mir 10 mit, aber ich hole mir auch 5 davon mit. Weil ich nehme immer gerne alle Sorten mit, denn man weiß nie, was einen erwartet. Wir probieren jetzt noch in dieser Folge wirklich die zwei Höhlen durchzuballern. Und wenn danach das Spiel endet, ist es gut. Wenn nicht, ist es... Ja. Aber ich dachte eigentlich, bei 1500 ist Schluss. Weißt du? Oh. Ist irgendwo jemand gestrandet? Ja, ich hoffe es. So. So, es ist eigentlich die erste Höhle. Neuen Schatz gesammelt. Okay, es ist ein I-C, hä. Ich halte das mal alles weg. Let's go. Ich dachte, machen wir auch noch schön drauf. Ja. Da liegt noch was. Oh lol, hier ist ne... Hier ist ne Upgrade-Zwiebel. Geil. Das heißt, wir können jetzt danach 50 Pigment tragen, oder? Ne, ne, 40. 40, 40, 40, 40. Ach, da geht's auch schon direkt aus der Höhle raus. Upgrade. Oder? Ah, hierbei handelt es sich um eine Kopf-Knopfknolle. Da sollten wir sie besser wohl direkt zur Zwiel bringen. So. Oh, ich muss mal ganz kurz abspringen. So. Ich geh ein bisschen schneller, ne? So, hier ist eine neue Person. Ich geh zur Basis. Okay, das war nur ein Level einfach. Nehme ich aber gerne mit. Mal gucken, wer das ist. Sehen wir uns einmal die Visitenkarte an. Ich hoffe ja, dass es einer unserer Kollegen ist. Kines, Florist, Heimatplanet Oji. Seine Passion für Pflanzen ließen allein zu diesem abgelegenen Planeten reisen, um dessen ungewöhnliche Blumen zu bewundern. Nein, wir haben es mit einem weiteren Gestrandeten zu tun, der aus Eigenstücken herherkam. Ein Florist. Ich werde nie verstehen, warum man sich ohne Not auf eine dermaßen gefährliche Reise begeben sollte. Jo, ihr zwei, rettet weiterhin alle, die hier gestrandet sind. Was auch immer ihre Gründe waren. Das ist doch geil, dass es einfach so viele Leute gibt, ne? Wir haben alles, ne? Ja. Dann können wir wieder, äh, einen Back-Wechsel machen hier. Zack. Oberfläche. Dann können wir auch schnell in die zweite Runde gehen. Interaktion erhöht, sehr schön. Gizerium. Komplett erforscht, klar. So. Dann können wir noch in die zweite. Weil es ist Tagesende und ich glaube, bei Tagesende sind wir dann wirklich raus. Mit der Demo. Aber, wir haben es so weit ausgereizt, wie es nur geht. Klar, wir haben die Oberweltschätze jetzt da liegen lassen. Das ist aber nicht schlimm eigentlich. Die müssen wir jetzt nur abholen. Aber es ist halt wirklich ganz kurz vorm Ende. Ich hole die rollt direkt da rein, natürlich. Du kannst jetzt 10 Pickel mehr mitnehmen. Damit sollte es der Kunde um einiges schneller vorangehen. Ja. So. Äh. Warum haben wir so eine komische Aufteilung? Ich hole hier nur 10 mit. Und hier auf jeden Fall mehr. Und hier hole ich auch noch 10 mit. Okay. Wir könnten uns noch die blauen Pikmin holen, aber dafür haben wir eigentlich keine Zeit mehr. Wissen, mach ich so. Schnell, wir schaffen es noch. Scheiß drauf. Geh da hoch. Es ist egal, wie geht noch da rein. Scheiß drauf. Du kannst die Hölle nicht betreten. Scheiße, 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 scheiße. Ach man. Das ist echt schade. Können die Eispäquen trotzdem in der Zwiebel übernachten? Dürfen sie. Okay, ja. Schade, schade, schade. Sonst hätten wir jetzt noch diese geile Fabrik gemacht. Ja. Sonst hätten wir jetzt noch diese geile Fabrik gemacht. Die schade, 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 schade. Die schade, schade, schade. Erie! 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 Nioh. Bara, Baparu. So, da habt ihr es jetzt auch mal erlebt Microsoft schaltet immer wieder Mein Mikrofon aus, ich weiß nicht warum Keine Ahnung, frag mich nicht Ich weiß es nicht, es passiert einfach so Und ich kann es nur sehen, wenn ich Auf meinen anderen Bildschirm rüber schauen Da den Pegel nicht mehr sehe 1900 Glycerium Boah, wir sind auf 55% Ja, Moin Die gestrandete Person, die wir heute gerettet haben Wachsen dir wirklich Blätter aus dem Kopf? Ja, sieht's aus Und nicht einfach nur eins oder zwei Blätter überall, es ist unmöglich herauszufinden Wer das ist Vielleicht wissen wir mehr, nachdem Spanel sie untersucht hat Haben? Ja, vielleicht Aber zuerst einmal müssen wir ihn finden Bis dahin sollte sich dieser gestrandete Erstmal was ausruhen So, ich glaube jetzt ist Ende Du hast die Demo-Version abgeschlossen Du kannst deine Sprechstaten in die Folge-Version des Spiels importieren Und dort ein Geschenk zu erhalten Sendest du eine Bestätigung, dass die Demo-Version abgeschlossen hast Kannst du in der Smartphone-Geräte At Pigment Blue besondere Belohnung bekommen Scanne den QR-Code, um weitere Informationen zu erhalten Möchtest du die Bestätigung jetzt senden? So, ich halte euch natürlich über auf den Laufenden hier In meiner geilen App Ich starte jetzt immer neu So Pigment Blue wird gestartet Dauert extrem lange Bitte halte dich von Privatgrundstücken entfernt Während du Pigment Blue spielst Leck mich, ich wohne hier Ja Okay Du hast einen besonderen Keim für das Verknüpfen deines Nintendo-Accounts bekommen Ja, toll Das ist aber nicht das Riesenkeim Ein Riesenkeim, der braucht 10.000 Schritte Alter Okay Wo kriege ich denn meine Belohnung? Hier gibt es so viel Scheiß Das ist unfassbar Okay Ich will meinen Bonus bekommen hier Hallo? Tja, ich kriege sie nicht Okay Okay Scan in die QR-Code Achso Ich dachte ich kriege hier eine Benachrichtigung in der App wenigstens So Scannen wir Schließe es ab Ja Ja Verdien das Ochi-Grid-Kostüm aus Pigment 4 für die Verwendung von Pigment Blue Spiele die Demo-Version haben wir Besuch die offizielle Seite Aha Ich muss die offizielle Seite besuchen, okay Ja Ja Punkt für den Den Spurs Ja, jetzt. Da. Ich muss jetzt schon wieder mit Nintendo anmelden. Oh, ja, fuck you. Weiß nicht, ich will hier meinen Code einscannen, aber der wird mir nicht kopiert. Der wird nicht mit kopiert, einfach. Äh, super, jetzt muss ich den nochmal scannen. So, da ist mein Grund. Kopieren, so, einlösen. Nintendo. So, Enter Offer Code, da. Submit. We have successfully redeemed this offer. Nice. Und jetzt scanne ich nochmal den QR-Code. Und jetzt schon mal auf die Seite gekommen. Okay, was gibt's da? Auktionscode auf der entsprechenden Seite. Okay. Gut. Ich muss die App wahrscheinlich nochmal neu starten. Huch. Huch. Ja, Alex hat gerade hier wieder geredet. So, ich starte die App neu. Schade, dass wir die letzte Hülle nicht gemacht haben, ne? Ah, schade, 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 schade. Bitte spiele Pikmin Bloom niemals beim Fahren. Ach, das sind einfach nur so random. Da, Pikmin-Viehanzug. Ochi nur nicht zum Einsammeln. Yay. Was kann ich jetzt machen? Was kann ich jetzt machen? Kann ich das jetzt ausrüsten irgendwo? Aha. Spezial, da. Yay. Cool. So, jetzt hab ich hier diese geile... Das geile Dingsbums. Die Musik ist so laut, ne? Mach die Vibration auch aus. So, Barrierefreiheit. Die hohe Systemeinstellung, sehr gut. Tage. Konto-ID. Okay. Okay, und jetzt muss man halt Schritte laufen. Okay. Jetzt hab ich hier diesen geilen Hundi. Riesenblumen. Okay. Aha. Okay. Ich hab ne Riesenblume hier. Direkt in meiner Nähe. Aber ja, okay. Ich kann jetzt nichts machen, weil ich halt nicht latsche. Okay, cool. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen bei Pikmin 4. Hier ist die Demo-Version zu NRW. Aber wenn du weitergehst, kannst du in der Vollversion erfahren. Kannst du deine Speicherlaten in die Vollversion importieren? Ja. So. Ein riesiger Planet erwartet dich. Pikmin auf ein Kundungstour. Oh, guck mal. Unterwasser? Unterwasser? Oh, wie geil. Seltsame neue Orte. Ja. Waschbecken. Ich finde geheimnisvolle Höhlen. Alter, wie geil sieht das aus. Bist du hier in einer Spielzeugkiste? Oh, Spielzeugkiste. Ja. Pikmin 2 Easter Egg. Aber schön. Weißt du, wieder Umweltbedingungen. Was ist das denn für ein Vieh? Ein Eis? Punktenkäfer. Bis zum Abend muss alles erledigt sein. Ja, Riesenskorpion, Alter. Triff auf gigantische Krä... Ey, ja, moin, Alter. Eine Explosions-Disco-Kugelspinne. Begib dich auf Nacht-Expedition. Ja, da will ich unbedingt hin. Das wollte ich eigentlich testen. Kannst du die Rettungs-Crew retten? Okay, die haben standardmäßig rot gewählt. Bin ich ja gut mit meinem Rosa hier. Entdecke versteckte Schätze. Okay, das sind diese Dice-Würfel. Diese 20er-Dice-Dinger. Ich weiß nicht, wie genau die heißen. Sternkreiszeichen-Würfel. Und da hinten sind diese... Oh, wie heißen die? Diese Todoraki-Karten, oder wie die heißen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Diese japanischen Karten auf jeden Fall. Lass dir von Ortschinen helfen. Okay, da ist wieder diese komische Krabbe. Trenn den Duell gegeneinander an. Okay. Verbessere deine Dandori-Rekorde. Arbeite im Co-op-Modus. Okay. Risikoplanet. Ja. Nice. Cool. Ja. Demo endet leider hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Part ist jetzt 20.22 Minuten lang. Aber... Leider... Ach, bestellt... Ach, so. Cool. Naja. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum 21. Juli 2023. Da kommen. Wenn das Spiel bei mir ankommt... Ist ja auch immer so eine Sache. Weiß man ja nicht. Aber eigentlich sollte es dann geliefert werden. Ich weiß nur nicht, wann es geliefert wird. Ne, bitte bedenken. Das Ding kann auch 19 Uhr geliefert werden, leider. Das liefert nicht... Das wird nicht morgens um 10 Uhr oder so geliefert. Oder um 12 Uhr mittags. Das kann auch sein, dass dann um 19 Uhr alles ankommt. Das hoffe ich aber nicht. Wenn so... Wenn es so ist... Dann müsst ihr das bitte entschuldigen, ja. Aber ich werde auf jeden Fall 21.07. Da habe ich auch schon Urlaub geholt. Nur für dieses Game. Also... Ich habe richtig Bock drauf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und... Tschüss.